Was für ein Move von Andy Schneider. Wenn es jetzt schnell geht. In der Mitte. Jeff Torrey. Schneider. Tick, Tick, Toe. Ich denke, 8 von 10 Verteidigern hätten in dieser Position, die Jeff Torrey inne hatte, aufs Tor geschossen. Er hat es nicht gemacht, spielt den genialen Pass zurück auf Andy Schneider und damit ist Jordan Parisi bezwungen. Und da hatte er sowas von überhaupt keine Abwehrmöglichkeit. 14.56 im zweiten Trittor. Andy Schneider mit diesem Playstation-Move leitet er die Aktion ein. Tori, hier hätte er schießen können. Sieht Schneider völlig frei und er hat das Tor zu zwei Drittel offen.